Barbie und ihre Turnerfreundinnen Wir wollen gewinnen! Trainieren, um die Besten zu sein! Koordinaten hat sie mir gesimst. Ich finde es perfekt für ein Picknick. Doch ein Ereignis. Wo sind wir hier? Ihr habt also unsere Picknick-Out gefunden. Tante Zoe? Was machst du denn hier? Verändert ihre Welt. Ihr seid hier, weil euch eine wichtige Mission erwartet. Und stellt sie auf den Kopf. Und nie zuvor derartige Talente gesehen. Akrobatik und Geschicklichkeit. Präzision und Konzentration. Wie ihr seht, ist die Verdächtige keine normale Diebin. Ihr besitzt alle Fähigkeiten, um die Diebin zu fangen. Du willst, dass wir Geheimagentinnen werden? Das geht mir alles ein wenig zu schnell. Die Tante Zoe, die ich kenne, strahlt aus dem Kleidung. Das ist Percy. Percy? Wie ist dein Name? Violet. Violet ist einer unserer Tech-Bots. Hier ist unsere Tarnungs-Ausgabe. Wir könnten uns da drin tagelang vergleichen. Es gibt einen Knopf, der den Unsichtbarkeitsmodus aktiviert. Ich bin ein schwebender Kopf. Ich bin ein schwebender Kopf. Ich bin hier oben und ihr seid zu spät. Wir haben sie verloren. Schon wieder. Und als die Mission zu scheitern droht. Es steht zu viel auf dem Spiel. Es geht darum, das Richtige zu tun. Darum sind wir doch Geheimagentinnen geworden. Reicht ein wenig Girlpower aus. Das ist der Moment, um zu glänzen. Um das Ruder herumzureißen. Auf geht's. Fertig, Team? Aus drei Geheimagentinnen wird das ultimative Agententeam. Barbie, das Agententeam. Ihr wart so. Ja. Und ja. Leg dich nicht mit dem Agententeam an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017